Junge, Junge, ha! Nicht schlecht, als du zum Arasaka-Empire zu sein. Sicher ist es besser als ein Kind von Raoul Wells. Leute, fokus! Die Sicherheit! Und mach es schnell! Warum? Was ist der Rutsch? Sing auf deinen Nobu, es ist schmerz. Was ist das, dein verdammt Schmerz? Alles leere Räumen! Und du, mach deinen Schein! Ich mein, wir sind bloß einmal hier. Gleich, gleich. Ja, ja, alles gut! Wir müssen schon alles mitnehmen, was geht. Was jetzt? Check in dein Personal und mach uns rutsch! Auf es! Ich hab ne Waffe geklaut. Und das Ei von Lego. Sehr wichtig. Ich wusste, dass das hier... Dass das hier ist. Ich promise! Da ist schnell. Ich hab ne Waffe gebracht. Aber es33 cochaki, Honestly, keine Waffe ist. ulars发u patriarch. Na halt. Meine Dane ist beschädigten! Sie sind klar! ...Thats nicht! Aber den Platzvergern ist unsurdeck. Ich war es dieser empress caught! Ich dein ganz bewusst! Alles причul просто! Erg wurde es gestär hat. Let me look to this huh relic intact bio shard integrity 100% guessing that's a yes good let's go Fuck too late your nose was about to walk in find cover where that pillar try that you fucking kidding no inside it now Checky call me 9 which don't solve our problem T I fucking know our problems still there let me think for a sec okay Oh shit Yorinobu Arasaka Adam's Mesh Adam's Mesh About we got incoming Nuh uh no fucking way This isn't happening Takemura The Emperor Yet another ass-licking legend Shhh Now this could be so proof Takemura Yorinobu The Emperor Shhh 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 Ich habe mich nicht mehr gedacht. Ich habe mich nicht überrascht. Ich habe mich nicht überrascht. Ich denke, dass ich mich nicht überrascht. Ich bin nicht überrascht. Ich bin hier. Ich weiß nicht, was ich hier zu tun? Wir sind die Zukunft. Wir sind die Zukunft? Wir sind? Das ist etwas falsch. Du bist nur mein eigenes Leben. Und diese Firma. Ich weiß, dass der Tag kommt. Der Kostet hat das nicht gesehen, dass der Kostet des Kostet auf den Kostet ist. Das war es, dass du dich so gut verletzten. Aber es ist hier noch so. Du hast nur die Verlust des Kostet. Oh, shit! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... F*** mich. Was? Ist da gerade passiert? Das ist das, was wir jetzt haben. Ist da tot? Ich wünsche... Ich wünsche dir die Hotel auf Lockdown. Kann ich fragen, warum? Saburo Arasaka hat sich getötet. Code Red initiiert. Attention, Code Red has been initiated throughout Kenpeki Plaza. Please remain in your rooms and follow all instructions given by staff. Was? 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 Hö terrible. And... 如果あ efficTS Was ist dein Job? Was ist das? Das ist ein einfaches Frage. Geh zu! Ich bin der Arasaka-Kurier. Ich möchte jetzt noch mehr als die Verantwortung für die Aufgabe. Bitte, Arasaka-Kurier. Ich werde keine Angst haben. Was ist das? Oh ja! Oh ja! Wir haben keine Angst! Scheiße! Okay, ich habe etwas. Gwindo, jetzt! Saburo-Fuckin-Arasaka ist tot. Es fühlt sich weirrt, dass ich es sagen kann. Ich komme gleich. Okay, da geht es gar nicht raus. Okay, Checky, wir müssen hier abhauen. Das ist eine Worte. Du solltest eine Ladder sehen. Ladder. Oh, fuck! Oh, nein, 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 nicht jetzt! Mach die Tür auf! F***! Pice dios santo bendito! F***! F*** Major Leagues! Happy now, Jackie! Oh, Jackie! Schacki! Schau nach! Ja, ja! Sag mir nicht durch, dass du sagst! Schacki! Das Trauma? Sie sind hier für Saburo. Sie sind ein bisschen zu late. Ich hoffe, sie haben uns nicht gesehen. Ich habe eine Mutter hier! Ich habe eine Mutter hier! Schacki! Ja, ja! Ja, ja. Ja, ja. Schluck! Oh, fuck! Oh, das ist nicht gut. Jackie, du bleibst! Warte mal an mich. Check die Relic. Container depressurized. Biochip integrity at 94%. Fuckin' droppin'. Carajo. Parker! Call her! Und tell her we fried the case? Let's do it! Wieso? Was bringt uns das? W-What the hell are you talking about? The Relic can't be isolated. It has to be nested in a safe environment. Well, someone's gotta do it. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Jackie? Jackie? You okay? No, no. I guess. Don't feel any different. Once you're back, we'll take out the Relic and run a full brain scan and sweep. But you two need to get the fuck out of there first. We're working on it! Del. We'll be there in a couple. Be ready. Got it? Certainly, Mr. Wells. Better be fucking certain. We gotta somehow reach the lobby. Alter. We turn the into garage. And we best be quick. Was zum Teufel ist, die gerade passiert? Checking, das sieht gar nicht gut aus. Attention. Code Red has been initiated throughout Kentucky Plaza. Please remain in your room and follow all instructions given by staff. Get down there. Go on quietly. Nice. I'm gonna sweep the building. All floors. I'm gonna sweep the building. Checking, come here. Come. Attention. Code Red has been initiated throughout Kentucky Plaza. Please remain in your rooms and follow all instructions given by staff. All instructions given by staff. Ich nehme einfach alles mit, was es hier gibt. Und ich habe gelernt. Dem ersten Durchlauf. Ich meine einfach im ersten Anspielpart, dass man manchmal nicht in die Gebäude wieder zurückkommt. Wo man früher mal rein konnte. Deswegen versuche ich alles mitzunehmen, dass man es geht. Okay, jetzt ist es egal, ist es egal. Checking. Checking. Jindal! Komm her! Du hast es! Shoot! Shoot! Please remain in your rooms... Wait a second, wir haben noch andere Waffe-Maschine-Pistole. All instructions given by staff. Where is the interior? Aber die ist scheiße! Feuer! Jackie blutet! Ey, die Waffe ist shit. Go, go, go! Fuck! Come on! Können die nicht durch. Tengo otra! Keine Waffe! Ein Fisch! Nicht blaster! Ich spreche Sie die Waffe! Ich schraub Sie sich in der Nähe und folgte alle instruktionen, die given von einem Stab. Surren Sie! Alles verpasst. Wir haben ein fettes Problem. Im Kompekik-Plus eine Schiesserei anzettet. Ich weiss ja nicht, ob das schlau ist. Kommt man hier raus? Checky? Alles gut? Wahrscheinlich nicht. Urani! Wir müssen sie durchlaufen! Achtung! Zurecht sofort! Zurecht sofort! Zurecht sofort! Zurecht sofort! Die Waffe ist hier nicht stark! Zurecht sofort! Get him off me! Got that turret! Shoot to kill! Let's go! Pick up your grave when this is over! No more kurz schauen, schade. Keine Berserwaffe. Doch, shotgun. Die nicht angezeigt wird. So mees. Ain't nowhere to hide! So just come out! Attention! Good one! You're dead! You're dead! You're dead! Los hijos de la chingada también está aquí! Damit wir hier wenigstens ein bisschen gut durchkommen. Und die müssen wir schon alle ganz umbringen. Wir müssen nachher sehr viele Splitter lesen. Attention! Co-Grad has been initiated throughout Kenpeki Plaza. Please remain in your room and follow all instructions. Die wissen zwar gleich wo wir sind, aber das... Muss jetzt gerade egal sein. Surrender immediately! Ich kann mich hier noch kurz einhacken. Mache ich ganz kurz. Mitten im Kampf eigentlich, aber ist alles egal. Okay. Na ja, wenigstens etwas. Check ich alles gut noch? Okay. Na ja, wenigstens etwas. Check ich alles gut noch? Bis dann noch kurz einiger Je Chuckie, break your thumb and sustain it again. HELL YEAH!! Check hier. Es wird immer schlimmer. Geht hier. Okay, irgendwas habe ich mitgenommen, eine Zugangskarte, für irgendwas, was auch immer. Konferenzsäle. Kurz mal speichern wieder. Äh, läuft bisher ganz gut. Auch wenn es natürlich nicht so läuft, wie es laufen soll. Okay, das geht mit den Konferenzsälen. Uh, fast übersehen. Irgendeine Zugangskarte, brauchen wir die, müssen wir die überhaupt haben? Okay, da ist, da ist auch der Aufzug. Oh. All right, Jackie. Wir kommen hier lebendig raus, das verspreche ich dir. Allerdings ist da unten bestimmt eine Falle. Naja, wir werden sehen. Are you ready? Lobby. Jackie. Fuck. What? Saburo Arasaka. 150 Jahre. Und heute, und heute, von allen fuckingen Tagen, ist es wie, eine gewisse Komödie-Kamödie-Kamödie. Ich hoffe es. Was ist für ein Geräusch? Check ihn, pass auf wenn man hier rausgeht. Und mehr Menschen leben unter der Poverty-Line als woanders. Und mehr Menschen leben unter der Poverty-Line als woanders. Und mehr Menschen leben unter der Poverty-Line als woanders. Und mehr Menschen leben unter der Poverty-Line als woanders. Und mehr Menschen leben unter der Poverty-Line als woanders. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.